So, die nächste Runde heißt Rutsche und es gibt einen Käse. So, wie machen wir das denn hier? Oh, komme ich da oben dran? Ja. Gut. Hier. Lassen wir uns einfach schießen. Hallo? Okay, kriegen alle. Oh, da oben ist eine Kanone. Äh, nichts wie weg. Mann, stopp. Okay, das kann ich wahrscheinlich nochmal anfangen. Naja, das... Oh Mann. Okay, also das Ding heißt wahrscheinlich nicht umsonst Rutsche, sondern ich muss gleich von hier oben, das hat aber funktioniert, gleich durchrutschen, damit ich Geschwindigkeit kriege. Okay, darf ich das machen, außerdem... Stopp. Oh, viel zu schnell. Eieiei, wie kriege ich das denn jetzt noch hin? Wie viele Steine ich verpasst habe, ich bin zu schnell. So, ne? Ja, Wahnsinn. So, den will ich aber auch noch. Ähm. Tja, lasse ich die ganzen Steine da hinten liegen. Ich meine, was bleibt mir übrig? Äh, ne, gehe ich glaube ich mal weiter. Man kann nicht... ...nicht alles haben. Was ist hier los? Okay, dann werde ich rutschen müssen. Stopp. Stopp. Boah. So, dann von hier. Ähm. Okay. Ja, das heißt, ich muss hier rutschen. Und dann hoffen, dass es reicht. Und es reicht. Oh. Okay, Checkpoint. Ja, dann... Dann geht's weiter. What? Moment mal. Uh. Uh. Ah. Da ist auch noch ein Stein. Jetzt habe ich... Jetzt habe ich aber oben so viele verpasst. Dann mache ich um den jetzt auch kein Hallas mehr. Auch aber auf die paar hier unten würde ich eigentlich schon gerne nochmal... drauf zurückkommen. Aber da oben sind Reiben. Ach du je, was ist das denn? Kann ich hier... So. Wie soll denn das gehen? Also das geht ja noch ganz gut. Okay. Bleibt drauf. Okay. Okay. Und einen höher. Verstehe ich auch. Und wie komme ich zu dem in der Mitte? Und dann geht die ganze wilde Farbe noch mal los. Nein. 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 Ach hey. Was? Okay. Also man darf nicht mit Schwung da reinlaufen. Ach komm schon. So. Will ich jetzt die Steine oder will ich da durchkommen? Oder will ich am besten beides? Mir ist noch nicht so ganz klar, was ich da eigentlich will. Also. Ich will die Steine. Wir spielen das ja unter anderem deshalb. So. Ein paar habe ich jetzt schon. Hehehehe. So. Jetzt hier drauf und erstmal Ruhe gewahren. So. Und sich dann den anderen Stein auch noch holen, weil man eins in der Mitte nimmt. Ach komm schon. Ach. 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 So. So. Gerade hoch. Jetzt wird es einfacher. Jetzt kriege ich den nämlich auch. Muss ich nur hier gerade bleiben. Schaffe ich. Und dann jetzt hier drauf. Und auf dem Rückweg hier rüber. Sehr schön. So. Jetzt muss ich nur hier wieder gerade. Oh. Oh Mann. Und gut. Und gut. Hm. So, so. Das ist ja schön. Jetzt kann ich hier auch noch nicht mal mehr mit... He. So. Ich lasse es jetzt. Ich komme jetzt da einfach durch. Irgendwie. Seid ihr gut. Oh. 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 So. Ich lasse die Steine, Steine sein. Ihr seht ja, wo das hinführt. So. Jetzt kann ich mich aber doch hier erstmal ausruhen, oder? Also. So. Und zurück. Und den. Und den. Und wie komme ich jetzt da hoch? Ach so. Ich kann ja an der Wand hoch. Ich kann ja an der Wand hoch. Also so. 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 Jetzt bringst du doch alle mit. Hier doof. So. Jetzt doch gar nicht. So. So. Okay. Da drauf bitte. Und dann hier auf einen Ruhepol. Sehr schön. So. Hier komme ich so rüber. Nein. 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 Schwer. Oder ich stelle mich nur selten dämlich an. Eins von beiden wahrscheinlich letzteres. Ich will diese Steine da haben. Verflixt noch eins. Ich brauche diese Steine. So. Kann ich jetzt mal gerade springen hier? Danke. Ja. Äh. Macht mir. Oh, hat's Spaß. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Und der läuft wieder da unten. Das ist nicht mein Level. Ach komm schon. Das kann nicht wahr sein. So, ich lass die Steine jetzt Steine sein. Ich komm jetzt einfach durch. Ich hab hier unten eh einen verpasst. Und da bei dem Hochfliegen auch. Das ist doch alles albern. Sich dafür so zu stressen. Also. Hoch. 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 Oh nein. Hoch. Und da drauf beginnen. Abärmlich. So. Also. Noch ein Versuch. Jupp. Sache läuft wie ein Heimspiel. Oh nein. Jeeey. 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 So. Neuer Versuch. Also, hoch, 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 da hin zu kurz. Hoch, 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 und da drauf, bitte nicht da hin, sondern da hin und rüber. Okay, so, 140 Stundenkilometer Auszeichnung. Jetzt kann ich wieder telekinetisieren. Was mache ich denn hier? Achso. Das Level heißt Rutsche und hier gibt es Einkerbungen, lasst mich raten, ich muss rutschen. Yay, oh, viel zu schnell. Hammer. Okay, hier gibt es einen zweiten Teil. Dann versuche ich das anders, nämlich so mit dem alten... Ich komme nicht mehr an das Teil dran, klar. Nein. Okay, also man muss zweimal rutschen, obwohl ich mit dem Rutschen viel zu schnell war. Das heißt, ich rutsche mal nur auf dem Holzteil hier. Lass mich raten. Ach, komm schon. Also, das hier ist ja wirklich ein Level, wo ich... ...weniger Spaß habe als sonst. Reicht wieder nicht. Okay, wie soll ich da alle Steine kriegen? Wenn ich direkt von oben rutsche, bin ich zu schnell. Und wenn ich ein bisschen drunter rutsche, bin ich zu langsam. Wie soll das gehen? Erbärmlich. Erbärmlich. So, jetzt hole ich mir den gleich. Also, Steine sind in dem Level einfach nicht wichtig. Und komme auch hier drüber. Jo, vielen Dank. So, was gibt's hier? Kann ich denn da oben kriegen? Ohne Multiple zu sterben. Ja, das geht. Also, nur ein bisschen später losspringen. Knapp. Ähm... Auf geht, der Peter? Ach, es geht nicht. Es muss auch nicht sein. Ja, sicher. Sechs Stück. Ihhh... Wo ist's? Hä? Jo, wieder ein paar Steine verpasst. Ähm... Das wäre ja ganz ärgerlich gewesen, wenn ich mich davon anfangs darauf konzentriert hätte. So. Was muss ich hier eigentlich machen? Okay, ich kann telekinetisieren. Ich habe drei Stück. Äh, erst mal. Hauptsache, hier war jetzt mal das Ding da reingestummt. Okay, also ich muss hier rüber. Aber wie komme ich denn dann da hoch? Ich kann ja niemals von da nach da springen. Ähm... Okay, ich spring da drauf. Ich spring da nochmal drauf. Dann sind zweimal Telekinese weg. Dann spring ich da dran. Dann muss ich mir wahrscheinlich irgendeinen Turm hier hochbauen, ne? Ähm... So... Und... So... Wo war das mit dem Reinstumpen? Eigentlich sogar die beste Idee. So. Jetzt bin ich hier. Und wie komme ich weiter? Ich muss das hochbauen. Das heißt, ich spring jetzt da dran und spring hoch und lande auf dem Stab. Und guck mal, wie weit ich dann komme. Zweimal Telekinese habe ich noch. Okay. Also. So. Jetzt lande ich auf dem Stab. Wie mache ich das denn? Wie komme ich denn? Was will ich denn? Wartet mal. Wartet mal. Komme ich hier noch irgendwie dazwischen? Kann ich den drehen? So. Ich... Lande auf dem Stab. Ach komm. Bleib stehen. Jetzt habe ich noch einmal Telekinese. Okay. Das heißt, ich kann den Block da drunter bauen, wenn ich springe. Ja. Ja, ja, ja. Ja. So. Und jetzt kann ich doch... hier dran hoch, dachte ich. Ach komm schon, das kann nicht sein. Aha. Okay. Äh... Die Dinger sind Schall und Rauch. Das heißt, ich werde das mir nicht mehr holen, sondern ich beende dieses Level. Hat mir keinen Spaß gemacht. Hehe. Und wo der Käse gewesen sein soll, wer weiß das schon. Ich hab jetzt hier noch ein paar Manifest. Ja. Die Dinger war es ganz anders.